Sibbele Bubbele Habele Bebele Sibbele Bab Ich bin ein Taubesnissier Du bist ein Taubesnissier Hallo May und hallo Sir Prime Ich möchte mich in diesem Video kurz für euer Projekt Pro Me Up bewerben Ja, ich hoffe auch, dass ich euch in diesem Video überzeugen kann Dass ich dafür eine gute Person wäre Und deswegen werde ich euch in diesem Video ein paar Ausschnitte von PvP-Runden, Feet to Beast und alles mögliche mal einblenden Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß Und ich möchte jetzt gar nicht lange rumreden Guckt sie euch einfach an, wir sehen uns gleich nach dem ersten Gun Game Aufschnitt Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gun Game Ja, endlich wieder gibt es wieder Gun Game auf dem, äh, kann ich nicht schlagen Auf dem Henry Wars Server Oh, und wir zocken am Anfang direkt mal eine Runde her Das muss ja sein Oh, und wir haben schon direkt der Steinschwert Ja, das ist natürlich richtig cool so Oh, hier ist aber das Eischwert Oh ja, das war richtig Und das Tierschwert Geil, Leute, das geht hier richtig gut los Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Und dann einfach mal ein bisschen weitermachen Hier im Programm Ja, neben Gun Game nehme ich auch häufig mal, äh, Ohn in September auf Strich, Strich werde ich jetzt anfangen, so ein bisschen Und Survival Games Da werde ich euch jetzt nochmal gleich was einblenden Weil bei, ohn in September, da, äh, ja, das ist ja einfach hier die ganze Zeit im Hintergrund Da muss ich ja nichts mehr extra machen Und dann würde ich euch sagen, würde ich euch sagen, würde ich euch sagen, würde ich sagen, viel Spaß bei einem Zerweil der Aufschnitt Schlag ins Wasser, genau Jolo, gut Pass auf! Puste mich! Komm von, ah, noch ein Ja! Nein, du bist das Beste! Ja, das eben war meine neuesteste Survival Games Runde Da war der Dave dabei A, K, Amex oder so Damals sieht er noch aus, Weekend MC Die Netztehrer Neuerkanal hat sich auch für euer Projekt beworben Ähm, und daher kenne ich ihn auch Äh, kenne ich euch Was heißt, kenne ich euch auch Ich kenne euch schon vorher, aber daher kenne ich das Projekt Ähm, und... Ja, dann war's das eigentlich so von mir Ne, vergessen hab ich noch was Ich wollte nämlich noch viel zu Biest einblenden Und das kommt jetzt ohr nur die Menschen auf der Kontrolle letztlich ist das Projekt dabei ist man wieder hier der die das Thomas um und daher er hat der Welt und bis doch in und bis anscheinend gehen wird erlärten Niemann um das muss den Ebenen zu warten Köln und so so wird das war dann jetzt auch wirklich alles ich würde mich wirklich freuen wenn es euch gefallen hat und dann ja vielleicht hören wir mal voneinander ich will mich richtig darüber freuen wie schon gesagt und dann sage ich jetzt eigentlich nur noch bei bei bis dann schön